Mein Konzept. InScope ist wieder pleite. Here we go again. Oh, I can relate. Warum ist kein Konzept doppelt so laut wie der Rest von YouTube? Kein Konzept legendär! Die Kids wollen mehr! Kein Konzept! Warum? Warum ist das so laut? Jedes andere Video... Hey, meh, 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 meh. Kein Konzept ist legendär! Junge! Hä? Das ist twit schon nimmer. Das ist twit! Oh, nein! Damit man das jetzt hier einfach mal sehen kann. Besser, oder? Hey! Hey, bro! Hey! Nein! Schreib's mir bitte! Ich bin jetzt grad hier mitten in der Fernsehreaktion, Bro. Ja, ja, ich weiß, aber... Ist das was Schlimmes? Ja, ja, ja. Och, nein! Und nicht schon... Und nein! Nicht schon wieder! Okay. Okay. Aha! Digga, mein Fuß stirbt ab. Ich hab mein... ...mein Schuh zu eng geknotet. Kennt ihr das? Ah, Junge. Ich merk das erst jetzt. Er ist eingeschlafen. Och, Digga! Wenn man seine Schnürsenkel zu eng macht, damit die nicht aufgehen... ...wieso hast du dahinten die Schuhe an? Weil ich hier auch Boden hab? Weil die Füße sonst kalt werden? WTF zieht doch einfach deine Schuhe... Seid ihr dumm? Ich kann doch nicht einfach meine Schuhe ausziehen in meinem Büro. Schuhe zieht man nur aus, wenn man zu Hause ist. Oh! Oh! Alles gut, Chat. Gar kein Problem. Die Nahrungsmittel... Digga, ich liebe dieses kleine Mädchen. Es kommt immer auf den Kontext an! Es kommt immer auf den Kontext an! Oh! Wer hat gewonnen? Sprich das mal aus! Halam... ...du lila... ...has... ...sworn to give away. Halam du lila... Halam... ...du lila... Wieso? Wieso? So ein... ...geil... ...es... Nicht die Hand! Bitte nicht die Hand, Vater! Ich spiel doch bei der Serie mit! Ne... Ich spiel jetzt was anderes, Chat! Digga, keiner Clip! Wir gehen raus! Ich hab immer so gelesen, dass... Max ist hastig, wenn er angefasst wird, Digga! Hab ich auch gelesen! Das war mir mega unangenehm, als ich die Kommentare gelesen hab! Max hasst das wirklich! Ich hab Max... Ey! Max kann man... Man macht ja immer so... Und es gibt ja auch so... Kennt ihr das, wenn ihr so Homies habt, die ihr nicht nur so... ...so macht, so... Also jetzt in Zeiten von Corona nicht... Wo man nicht nur Hand gibt, sondern wo man auch mal so umarmt! Wisst ihr, was ich meine? Und die ersten zwei, drei Male hab ich Max so richtig umarmt, weil ich gemerkt hab, wie unangenehm das war! Für ihn! Und das hab ich richtig genossen einfach! Das hab ich richtig genossen! Weil ich dann manchmal so ein Gesicht... Stellt euch mal vor, Max würde in Frankreich wohnen, wo sich so Freunde und sowas einfach einen Zungenkuss geben oder das Arschloch lecken! Keine Ahnung, was man da macht! Aber ist es nicht so, dass so... In Frankreich, dass man sich so zumindest auf die Wange küsst, oder? Und er so... Er so... Bro! Digga! Kein Konzept! Willst du mich taub machen? Oh! Ich wusste das nicht! Ich hab meinen Controller weit nach hinten geworfen, ich seh ihn nicht! Ah! Digga! Warte mal! Wer's... Was... Was ist... Ich hätt gern... Also... Abschuss bereit! Ziel erfasst! Ziel zerstört! Ich einfach, wenn ich... Wenn ich was... Was wollte ich grad sagen? Irgendwas wollte ich grad... Ich wollte was übertrieben witziges sagen, sowas richtig... Was so richtig relatable ist, aber ich hab's vergessen! Hä? Ich wollte grad irgendwas krank lustiges sagen, aber ich hab's ganz vergessen! Joker gespart! Ey! Hör auf, mal dieses Hihi zu schreiben! Brief vom Finanzamt aufmachst! Ja, okay! Digga! Niemals! Mach ich Hihi! Das waren nur so Teppen! Die schreiben Hihi! Oder... Die schreiben auch nicht OK, sondern die schreiben OKI! OKI! Find ich ganz schlimm! OKI! Außer ein richtig süßes Mädel schreibt OKI! Dann ist es süß! Das nennt man übrigens OKI! Shaming! Ist gut? Sind das Daily Uploads, Mann? Das check ich jetzt? Ja! Ha! Nein! 2 plus 2 is 4! Äh... Griechenland! Hä? Das ist doch Griechenland! Hä? Scheiß drauf! Welcher Planet ist der... Was? Ist der... Was? Unser Sonnensystem? Weiß ich nicht! Saturn! Neptun? Ist das überhaupt ein Planet? Nein! Wie viel Zeit nimmst du dir für die Bereitung vom Stream? Mert! Bitte! Mert! Mert! Digga! Wen laberst du voll? Sehe ich so aus, als ob ich heute geplant habe, dass ich voll geil spiel? Mert! Wach mal auf! Auf jetzt! Same! Same! Ich geh einfach live! Das war's! Pennst du oder was? Bist du eingepennt, Mert! Hä? Willst du mich verarschen? Es klappt einfach nichts! Weil Kabel ist broke! Ich hab vergessen ein neues Kabel zu bestellen, weil ich vorgeist das letzte Mal gesch... Boah, ich brauch auch wieder so ein richtig geiles Zock-Game! So ein Game, was man so richtig geil zocken kann! Boah, ich glaub ich will wieder PUBG spielen! Ja, da hab ich richtig Bock drauf! Ja, da hab ich richtig Bock drauf! Warum macht ihr nur Turniere eigentlich? Wie kann man denn Händchen für Trash-Content und Turniere haben? Oh! Riecht gut! Jetzt riech ich das auf einmal! Diese Bohnen sind so ekelhaft! Ich schwöre es euch! Diese Bohnen sind so ekelhaft! Diese Bohnen sind so widerlich! Diese Bienenbuselspopelscheiße Bohnen! Das ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt! Die sind so schrecklich! Die sind wirklich so schrecklich! Die sind so... Bah, ich hab die noch zuhause! Ich hab die noch zuhause! Und irgendwann... Irgendwann, wenn mal irgendwer kommt, den ich richtig hasse! So Kevin oder so! Oder Max nochmal! Dann tu ich die ins Getränk rein! Und... Mach das so in Püree! Boah, sind die eklig! Boah, sind die... Boah! Ich krieg am ganzen Körper Gänse-Schwanz, wenn ich daran denke! Gänsehaut! Gänse-Schwanz! Was ist das denn? Die Flagge haben wir jetzt viermal gesehen! Hä? Finnland, Digga! Hier hat.... Gurusel, 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 Gurusel Näh! Näh! O Ho Ho.. Oh nein! Ich hab mich auch erschrocken! So viel Liebe wie ich einem Menschen geben kann... Schau es dir an! Ist L F! Was ist denn L F? Lach Flash! Hat irgendwer von euch dieses Headset hier, Jungs? Nein. Oder ich hab legit die ganze Zeit aufgeladen eigentlich. Oder ich hab ne Frage. Wenn ich das an meinen PC angeschlossen hab und mein PC aus ist, lädt das dann trotzdem noch oder nicht? Nein? Ich hab das aber immer gemacht, wenn's aus war. Bei Technik-Fragen. Gogo. Wieder mal kein Konzept. Wo ist der Clip her? Der ist aus dem Konzept gerissen. Kontext. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in meinem Stream mich so bewegt habe. Scheiß, Alter.